Musik Kannst du mir irgendwas sagen gerade? Gravel, Gravel, taub trüber ginst am Husenhain! Trüb, taub, hain, am Husenginst! Gravel, Gravel! Musik Der Golf-Unist, drei, die erste. Und Action! Mit der Golf-Psychologie. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Oh Kinder, so kann ich nicht arbeiten! Musik Es geht um Psychologie. Dieses Thema finden die meisten Golfer erstmal interessant. Wahrscheinlich, weil sie die Hoffnung hegen, dass man damit besser werden kann, ohne Blut, Schweiß und Tränen auf der Driving Range. So nach dem Motto, denk dich einstellig. Tatsächlich ist das auch der Ansatz der meisten Sport-Psychologen. Die versuchen mit psychologischen Techniken die Leistung zu verbessern. Deren Ansätze sind dann Visualisieren, positives Denken, Zielformulierung, manche sprechen dann sogar von Visionen, Autosuggestion, verschiedene Methoden der Entspannung, Stärkung des Selbstbewusstseins, Atemregulation und dergleichen mehr. Diese Techniken werden dann in der Regel in die Pre-Shot-Routine eingebaut und regelmäßig trainiert. Und wenn man sich das Training der Tour-Pros anschaut, die mit Psychologen arbeiten, dann sieht das genauso aus. Ich glaube jedoch, dass das, was für den Tour-Pro richtig ist, auch in abgespeckter Form nicht unbedingt für den Hobby-Golfer-Ideal ist. Habt ihr vielleicht schon mal daran gedacht, dass ich den ganzen Kram auch schneiden muss? Und dass ich dieses Jahr an Weihnachten wieder arbeite, könnt ihr übrigens vergessen. Darf ich hier eigentlich auch mal für mein Video werben? Mein wem? Wer ist denn? Meine Antwort auf Du bist Deutschland. 75.000 Views habe ich vor sechs Jahren gedreht. Mann, wie die Zeit verweht. Ihr sagt, Kinder machen ihre Eltern für Glück wahnsinnig. Ihr sagt, dass ihr so viel von uns Kindern lernt. Und ihr sagt, es gibt immer nur den richtigen Zeitpunkt, uns zu bekommen. Und ihr sagt, es gibt immer nur die Zeitpunkt. Und ihr Uman Wenn die Zeitpunkt 20.000 Americans kam, die Zeitpunkt dean, uh, nicht Platz 25.000 details, Und ihr? Und ihr sagt, es gibt immer nur den號braten.